Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde der League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Game spiele ich Nasus. Mit dabei ist der Gian und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich warte mal, wo's hingeht. Vielleicht sollte Shurima fangen. Die muss, der Trollroll. I was first, dude. Shurima ist aus einer anderen Zeit. Dio scheint afk zu sein. Machen wir ein Remake, oder? Steht die nach Mitte? Ne, steht außen, die ist nicht afk. Also kein DC jedenfalls. Achso, ne, die geht top lane, okay. Hat sich ne Flask gekauft, ist das nicht doof? Ist ja nicht so, dass ihr ganzes Kit auch deskaliert. Naja. Tja. Da bin ich auch mal gespannt jetzt. Voll das Trollgame hier. Es endet nie. Hauptsache Timo ist auch top, ja. Gut. Ich hab dann die Hasen. Das könnte gehen. Ich ziehe da hin. Wäre zwar lieber auf der top, weil du da länger deine Uhr hast, aber egal. Ich habe ja auch immer geachtet. Ah, da ist voll dein Schild reingangt. Ich berichte Worte für die Infans. Manche Leute haben den Untergang bestimmt. Ich komme mal zu dir. Ja, ich habe im Moment aber nichts ready. Nice! Easy! Easy peasy! Das beschert mir einen richtigen Vorteil, da da ja so kein TP hatte ich schon. Erohnen vergehen wie Tage. Der ist wohl gestorben. Ich habe gerade einen guten Schwerbart gehabt und wollte dann halt keine Summoners mehr. Er steht aus sterbenden Sternen. Der Tage wurde das gut. Kriege ich! Oh da! Oh! Komm! Der Retter! Egal! Zwei Assists! Nice! Good Job! Was schreibt der da? Keine Ahnung! Ne Baguette? Da muss ich mal fragen. Oh, ich schätze der ist sauer und merkt, dass wir Premade sind. Wie ist die Rotation? Die Fiew hält sich ganz gut, vielleicht ist sie gar nicht so schlecht. Die Wahrheit, nur ne dumme Aktion von mir, ne? Was er eingeloggt hat, war einfach so. Oh lau, ich bereich dich nicht. Oh lau, ich bereich dich nicht, ich bereich dich nicht, ich bereich dich nicht. Zeit! Ja, so wird nichts mehr zu lachen. Schon vorbei für ihn, ne? Ja, ja. Keine Chance mehr. Gut, ich geh jetzt mal den Feuerdreck durchmachen. Rotationen... Ja, die sind auf und vor. 2 3 2 3 2 3 4 5 Für den ist das Game vorbei. Jetzt fühle ich mich wie der Nasus in der Runde davor. Und mit dem hab ich uns das gleich gemacht. Ja ja, deswegen. Der Tod. Wer ist noch auf der Top-Lane? Daher Timo. Timo und Shaco und verlieren den Fiora. Natürlich schon ein bisschen ärgerlich, ne? Oh, miss miss miss. Ja, der ist da. Hab ihn schon gespottet. Jetzt kommt der Butt. Geht auf der sterbenden Hölle. Aber machen kann er da auch nichts. Ne. Einige Dinge müssen vergraben. Körsen. Ich habe ihn nicht entstanden. Geht auf ... Ja! Oh, come on! Wo muss er sein? Loil, er ist tot und spandt nochmal sein Zeichen da. Hm, der Mainzeichen macht wieder. Liegt die Unsterblichkeit. Ah, der hat ja auch nicht schlecht gemacht, aber er hat keine Chance mehr. Jetzt helfen die sich noch gegenseitig. Troll-Power. Wo Engel sich fürchten. Ich habe Jahrhunderte gewartet. Vielleicht sollte es. Beim Spendern der Bremse haben wir zwei große Töne. Ich bin sehr froh. Ich kann mich auf dem Spiel nehmen. Ich bin viel zufrieden. Ich bin sehr sicher und definitiv das ist... Mein Yasuo hat glaube ich keinen Rauf Oh ne, da ist er Jo, da ist mit dem Tower Oh ne, da ist mit dem Lass Ich hab dich mit dem Lass Oh ne, da ist er Schade, knapp. Ich lasse die nicht weg. Ich bin tot. Alle da. Euer Team hat einen Turm zerstört. Noch ein Feuerdrache. Hast du ein Wort? Und lass mir den Blue. Ja, ja, ich mach doch nur eine kleine. Mein Wort ist doch schon im Seilgut. Lass mir ja den Blue! Ihr habt doch nur die kleinen gemahnt. Ich hab meine Masseus vergessen, die mit Missing Mana. Ich brauch den Blue leider. Ich hab ja vorhin die Cindy gespielt mit den Masseus und hab vergessen den Mana Rack mit reinzunehmen. Heals Batman! Ich mach bei sowas immer die kleinen weg. Ja. Aber das haben wir doch nicht. Der hat mir doch der Yasum freundlicherweise gegeben. Da hab ich mich gar nicht für bedankt. Da hab ich mich gar nicht für bedankt. Das Leben ist Teil eines Kreislaufs. Das Leben ist Teil eines Kreislaufs. Es gibt keine Dämmerung, keine Dunkelheit. Vielleicht sollte Schurken anfangen. Ich habe gesehen, dass der Timo da eben schon alles mit Pilzen ausgepflastert hat. Der Schako mit dem scheiß Ignite. Oh. Ich habe ja hunderte gewartet. Ihr Tod wartet. Oh, ich habe einen Pilz gefunden. Der hat mir gar keinen Schaden abgezogen. Äh, gar kein Leben abgezogen, wollte ich sagen. Oh, jetzt gehe ich aber auch mal weg. 3000 Gold. Meine Würde wurde beerdigt. Das muss endlich sein. Der Himmel, der Schtaunen, der Schtaunen. Ich bin schon immer wieder an der Schaden. Alter. Wir können hier schon wieder an dem Blumen colonial swoim Geschenkッ. Das war der Schaden. Der Schaden ist noch ein Hecht. haben sie zu zweit versucht mich zu machen und ja so keine chance hier ist noch mal durch zwischen leben und tod liegt die unsterblichkeit die richter worte können die rennen vernichten Oh, das hört sich gut an. Das endet nie. Das hört sich alles gut an, was ihr da macht. Ja. Ah, ich hab auch einen Blue-Buff, den hole ich mir jetzt. Nimm die kleinen, wenn du möchtest. Ja gut, nehm ich mir erst mal die. Oh. Der hat den noch? Der hat kein Ding mehr. Das ist garantiert der. Ah, da, da, da. Nein. Der scheiß Puppen, der hat drei Stück, ey. Oh. Die As- Sis. Es hat aber auch nicht mehr viel Leben. Rima ist aus einer anderen Zeit Komm ich glaube ich nicht mehr hoch Gib Kalle, Kalle Kalle, Kalle 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 Ich bin ein paar Leute, die Imperien vernichten. Nasus ist flitzig Oh was was da, gehen wir mal rein Ich bin ganz knapp mal rausgekommen Ich gehe erst mal tschüss Nummer 1 Ich dachte mir, ich spiel jetzt auch mal mit hier, wa? Ginko pharmt? Ja Was ich für eine Maschine bin, pass auf den Tower auf Ich hab jetzt zugucken können Aber Naja, das was er noch daneben hatte, war One-Hit Ja, achte einfach auf den Tower So, vorm Weißt du Bescheid, ja? Lol Toll 500 Stacks habe ich Ich pushe mal die Bowlinge ran Lol, das hat die überlebt Ne, doch nicht So, mach was du willst, ich kann ja auch alleine gegen die alle kämpfen Was ist das? Hm? 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 Dann Hm? Hm? Wir sind David Oh kurz Hm? Das war's für heute. Das ist auch gleich wieder ab. Was sagst du? Nichts. Wo hab ich den auch allein geschafft, bitte? Ich wusste, wer der Richtige war. Will man dir einmal helfen? Malz. Ich will trotzdem noch einmal weg, ich hab keinen Mana. Ich wusste, wer der Richtige war, weil er bevor er seinen Klon geholt hat, hab ich ihn schon getroffen. Mit meiner Markierung. Ah. Deswegen wusste ich, wer nicht keiten muss. Vielleicht sollte Shurima fallen. Kann ich nicht mal zum Wenden runterkommen. Ich wandle durch die Zeit. Das war's dann wohl. Ein bisschen gegen die Trolle gewonnen. Ein bisschen, ja. Du, Tom, Alter. Ich glaub, es hackt. Ja, liebe Zuschauer. Ein Troll in unserem Team. Im Gegner-Team auch eine Trolle. Ihr habt's gesehen. Aber wir haben's gewonnen. War ein easy win. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ramm. Vielen Dank.